Geil! Ey, die ganze harte Arbeit, Leute, die hat sich so oft gezahlt. Ja, ja, reife Leistung, Slytherin. Aber wir müssen auch die jüngsten Ereignisse berücksichtigen. Daher habe ich noch ein paar letzte Punkte zu vergeben. Okay, cool. An Miss Hermine Granger. 50 Punkte. Merkt ihr, worauf das hier im Haus bleibt? An Mr. Ronald Weasley. Lass mich raten, 50 Punkte? 50 Punkte. An Mr. Harry Potter. Natürlich, der große Harry kommt ja noch zum Schluss und kriegt die meisten Punkte wahrscheinlich auch, ne? 60 Punkte. Wir haben Gleichstand mit Slytherin. Wir können alle rechnen, Hermine. Dein letztes noch. Ne, ne? 10 Punkte am Neville Lombard. Na klar, jetzt kriegt der Loser noch die letzten 10 Punkte, um uns zu schlagen. Davon ausgehend, dass meine Rechnung korrekt ist. Ja, eine ganz tolle Rechnung hast du dir zusammen gebastelt. Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Oh, toll. Hier ist eh jedem klar, dass Gryffindor dein Liebling ist.